Was mit dem großen Dicken? Keine Ahnung. Oh, du stehst im Weg! Fahre ich doch immer gerne. Ich dachte, du magst keine Shotguns. Möchte auch nicht. Das ist der Verbander, erstmal in die Position. Das ist der Auker. Das ist der Auker. Alter, das ist Asi. Oh. 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 Mistficher. Oh. 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 Die Viecher sind doch mal harte Assi, ey. Was ist der im Staub, wo sie langläuft? Was ist der im Staub? 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 Na, die Handfeuerwaffe ist nicht schlecht. Na, verkauf sie doch. Ist nicht schlecht, hab ich gesagt. Oh, wieviel kommt denn da wieder? Kann jetzt egal sein, glaube ich. Ah, maximale Gesundheit minus 200, das ist dumm. Was ist die Handfeuerwaffe ist nicht schlecht. Das kann ich euch so nicht angehen. Ach du Scheiße. Das war doch geil. Ich bin bei dir. Also, wo waren wir gefahren? Oh, ich seh nix mehr, Alter. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich helf dir. Meine Zeit war doch nicht gekommen. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Alter. Ich bin bei dir. 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 Oh man. Super. Und natürlich geht's hier gleich wieder los. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Schlimm, schlimm. Nein, warum war ich so schnell tot? Oh, da ballert einer jetzt richtig auf dich, deshalb. Alter, hier war doch alles zum Arsch. So ungefähr, ja. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Da kommt ein Raketenwerfer? Jo. Ja klar, direkt zwischen die Beine durchgeschossen, die Rakete. Und dieses Nachland dauert immer 20 Jahre mit der Shotgun, ey. Ja. Immer hier in der Heilung. Steige hoch, gleich meine Aggression. Ist doch assi sowas hier, ey. Ja. 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 Und die Gegner? Noch mehr Roboter Ist er jetzt nicht so schön Hm, sieht doch ganz okay aus Medi-Kit Die Hyperion-Maschinen sind dringend davon abgeraten, dass die Kräuter-Populatien abgeschaut sind Oh, oh, oh Oh Von dem theoretischen Gehalt abgezogen Oh Will ich hier nicht einfach drüber schwimmen? Nee, tut ihm keine Leitern Schade Dann nehmen wir halt hier den Lastenaufzug Achja Lustig, lustig, tralalala Da Wirklich? Kommst du? Ach, das ist oben Bin gefallen Glaubst du warum es Lastenkran heißt? Warte, ich drück auf den Knopf Guck mal da gucken Leute zu mir Huch und Nanu, die gucken zu Man-Attack-1, danke für dein Follow Achtung Achtung, Hyperion-Roboter Nach Lieferungen, die bei Thresher Angriffen verloren gehen Werden euch von eurem Theoretischen Gehalt abgezogen Theoretisch ist kalt, wie viel verdient wir theoretisch im Monat? Ja Ich würde mir da rüber müssen Nee, wir müssen das hier runter Alles gut Wir müssen da rühren Siehst du diese Lunarversorgungsschutz? Wir müssen einen Lunarversorgungstransmitter stehen Und die Mondbasis dazu bringen, die eine unkalibriete Schnellreiseeinheit zu schicken Damit kannst du Sanktuary wieder ins Schnellreisen-Netzwerk einspeisen Kinder leicht, naja, oder auch nicht. Ein scheiß Konstruktor. Holy shit. Alter, was ist denn das? Ja, diese scheiß Kanonen. Ja, aber die kriegst du kaum kaputt. Siehste? Meine Heldin. Immer. Endlich 18, was? Yay, jetzt darf ich auch alleine auf Partys gehen, aber... Ich bräuchte nur mal einen ganz kleinen Moment Ruhe, aber den hat man hier gerade nicht. Ha! Danke! So, nimm den Lunar-Versorgungstransmitter auf. Okay, wo ist der? Hyperion-Roboter, die einen Thrasher terminieren, erhalten zur Belohnung die Fähigkeit, stolz darauf zu sein, einen Thrasher terminiert zu haben. So. Was ist der, der da hinten so komisch leuchtet? Jetzt habe ich eine Slack-Waffe. Geil. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Sieg ist ja jetzt lange tot. Ähm, ja, nee! Ähm, ja, nee! Hat dieser Trusa gerade ganz Winter gefressen? Oh, ich muss dich zurückholen. Alles klar Okay, das Vieh ist zu fett Ja, schubs mich noch weg Hätt ich bloß den einen Roboter nicht killen dürfen Der hat nicht so gut wie Musst du nur grad nachladen Das schaffe ich nicht mehr 1337 Gebühr Aber ich hatte das Vieh fast down Ja Die Slack-Waffe ist super Der hat schon ganz ordentlich gelitten Oh, jetzt kommt er zu mir Die Slack ist super Hä, wo ist er? Okay, der hat ein Schild Hab ihn Gut Damit können wir eine unkalibrierte Schnellreise Einheit von der Mondbasis anfordern Du brauchst einen ruhigen Ort Um die Transmitter zu aktivieren Begib dich zu der Ortschaft Overlock Dank der Bergbauaktivitäten von Hyperion Leiden die Einwohner dort alle unter Schädelfrost Sie werden uns nicht stürmen Wieso schreibt meine überhaupt im Nachbieter? Hat die ihn gesehen? Keine Ahnung Tja, wir haben keinen Plan Wie wir Jack aufhalten wollen Aber wenigstens erschüttern Die Beben seiner Bohrer Die Stadt nicht mehr Ein Silberstreif Nicht zu fassen Dass Jack Angel Die ganze Zeit über kontrolliert hat Wir wären fast gestorben Weil wir die Kamera geöffnet haben Nur um diesen Drecksack An die Macht zu bringen Tja, jetzt sterben wir fast nur Um ihm die Macht wieder zu entreißen Schön zu wissen Dass einige Dinge sich nie ändern Hm Ja, wenn man so möchte Aber sozusagen Jetzt wird erstmal die Slack-Waffe hier Ein bisschen unverzichtbar, wa? Sieht beinahe so aus Ich hatte damals im Erdmeinsartig So eine schöne Feuersniper Die hat fast alles weggebrannt Ja Ja Das ist es, was ich an euch Schuften nicht kapiere Ihr wisst, dass der Held immer gewinnt Aber ihr wollt einfach nicht brav verrecken Mann Zum Beispiel dieser Kerl in New Haven, ja? Die Stadt brennt Menschen sterben Bla, 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 bla Und der Typ greift mich mit nem Löffel Mit nem Löffel Und ich lach nur Und löffle ihm seine Augäpfel damit aus dem Kopf Und seine Kinder Alle so Ach, du hättest das sehen sollen Jedenfalls Die Moral von der Geschichte Du bist ein Miststück Jetzt weiß ich auch wieder Ob ich diese Stimme kenne Wo ich sie zuletzt gesehen habe Echt? Ja, das ist Rick Von Rick und Morty Wenn er jetzt noch ein bisschen mehr rülpsen würde Mitten in seinem Monolog Und er hat ein bisschen öfter Also ein paar härtere Worte Als Miststück verwendet Oder Arschgaul Oder Pissbirne Dann wär er schon richtig hart Dann wär er absolut richtig Aber ist auf jeden Fall der Synchronsprecher Kannst mir nix erzählen Ey, Kümsen Was sagst du denn die zu Was sagst du denn die zu Dieser Sniper Also das Visier Kenn ich schon mal irgendwo her Und ich glaube, wir werden angegriffen Ach, hast du auch so Den leisen Verdacht? Den ganz leisen Noch einer Ernsthaft Aber cool Oh, da Aber man kann sagen Im Punkt des Snipern Habe ich mich immens verbessert Jo, du könntest langsam echt mit Sniper-Lieder anfangen Ich glaube, ich bin dran, oder? Ja Gönn dir Habe ich ihm Follower für den Wurzeln gedankt? Ja, ne? Habe ich Ja, ja, hast du Okay Du Ähm Hm Hm Tana? Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Oh, endlich mal Straßen. Immer dieses scheiß Gelände, oder? Diese Umleitungen, furchtbar sind die. Ich muss jetzt mal ernsthaft, wenn bei euch hier Baume stellen, Umleitungen sind, kriegst du auch immer das Kotzen. Wir sind hier eher selten. Bomb. Ein kurzes Vergnügen mit dem Boost. Ach, folgst du in der Straße? Ja. Moin. Ding. Aber da hinten, wo ist das Ziel? Jetzt erstmal... ...weißen Nadelstalker. ...weißen Nadelstalker. Geh doch. Wie lange rum, wo hast du gesagt? Da lang. Ach, schistio. Du hast Overlook gefunden, ja? Das war mal ein nettes kleines Städtchen, bis Hyperion kam. Dank Jacks Backbauaktivitäten ladet jetzt jeder dort unter Schädelfrost. Die armen Teufel sind zu krank, um aus dem Haus zu gehen. Du solltest den Transmitter dort drüben aufstellen. Sobald die Mondbasis deine Anfrage bearbeitet, solltest du eine Schnellreisestation haben. Im Namen des Mondes. Werde ich Jack bestrafen? Eww. Jawollo. Er sendet jetzt die Lieferanfrage. Jetzt müssen wir nur ein paar Minuten warten und... Angel? Das reicht. Du kannst aufhören, so zu tun, als würdest du dem Bösen helfen. Angel? Wir haben nicht viel Zeit, bis Jack bemerkt, dass ich ihm nicht mehr helfe. Schütze den Transmitter. Wenn du nicht mal mit diesen Loadern fertig wirst, bin ich echt enttäuscht. Loader fress ich zum Frühstück, Jack. Oh, das ist ja der Punkt dran. Oh, das ist ja der Punkt dran. Der BD-Kette hat nur ein Gerät zu bestimmen. Die BD-Kette hat nur ein Gerät zu bestimmen. Vorrundung hatte erneut weniger Wertschöße gegen die Ausgangssperre als Jet-Grid. Nächste Woche wird der Grinder nur bei schwersten Kontexten, um den Verschmutzung zu der Beleidigung einzuwenden. Anfrage für unkalibrierte Schnellreisestation erhalten. Voraussichtliche Bearbeitung seit drei bis sechs Wochen. Nein, 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 nein! Ich verändere ein paar Daten, weiß nicht, ob ich das beschleunigen kann. Angel, das ist ein Eker, was geht an? Ich habe deine Anfrage an eine höhere Priorität gegeben. T-Bone Junction kann sich einfach in einem Medikamentenmarsch und Kasschen. Jo, denke ich auch. Alter. Scheiße. Alter, diese Selbstmörder, die... Alter, diese Selbstmörder, die... Ich sterbe hier nicht! Wenn du den Transmitter nicht reparierst, dann kommt deine Lieferanfrage nicht durch. Macht darauf aufmerksam, dass Eigenmächtigkeiten mit einer Einfachfahrkarte in den Grinder geahnt werden. Wenn du den Transmitter nicht reparierst, kommst du nicht bei dir. Ist du hoch tot, oder was? Ö. Jetzt bin ich down. Ja gut Aha Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin der Nächste! Ich schätze die Hände bei der Stellrasestation jetzt ziemlich bald schicken. Verdammt, was soll das? Das ist ein Geboten! Ich bin der Nächste! 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 Schieß weiter! Der Transmitter ist schon wieder beschädigt! Das reicht's mir aber langsam! Ich geh' auf den Sack! Sonst fürchtet ich euch niemals ein! Scheiße, wo die gerade mal hinkommen? Ich liege hier! Oh! What? Ja! Das geht hier total schnell! Meine Fresse, ey! Ich geh doch nix über'n gepflichten Tod! Gut! So, wo bin ich jetzt? Da! Ein Hinweis an alle Hyperion Aufmerksamkeit! Vorweilung des Getriebes den Grinder ausfallen! Alter, warum bin ich schon wieder down?! Weil hier dreckige Mistviecher unterwegs sind! Alter, da vorne ist viel zu viel los! Das ist wirklich! Oh, Wahnsinn! Das war's! Du kommst wieder auf die Beine! Danke! Also, dieser fucking Flammenwerfer-Fuzzi! Ruhig clever! Ruhig, Lass! Der Serien verkündigt dosen, zweit der Verzifferung, also coming. Verdoppelt, oder? Glückwunsch, wenn ich angepisst! Zweiten Fläschchen, Aspirin! Scheiße! Das wird wieder, das wird wieder! Alter, leg mich doch den Farsch! Oh ja! S! Ja, also ja! Erstmal noch ein paar Quests reinholen. Stalker der Stalker? Amüsante Tatsache! Stalker mögen es gar nicht, wenn sie verfolgt werden! Ach nee! Ein Exfreund von mir namens Taggart sollte vor einiger Zeit die Stalker-Population ausrotten. Zudem machte er sich daran ein Buch über seine Abenteuer in den Highlands zu verfassen. Finde die Kapitel seines Buches, damit ich daraus abschreiben kann, was das Zeug hält. Win-win-win-Situation nennt man das, obwohl niemand nennt es so, außer wir. Ja, natürlich. Und Armageddon, wenn du schnell fahren kannst und nicht allzu viele dämliche Fragen stellst, wie Warum tue ich das oder was stinkt hier so, hat Wert einen Job für dich. Ich habe gerade hochbrisante Ware bei Warnels Armageddon bestellt. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen. Nachdem der Warnels Armageddon bestellt, wenn in der Warnels Armageddon alle Teufel 100 Prozent von der Warnels Armageddon bestellt. Ansonsten ist eine große Abenteuerung. Nachdem man die Warnels Armageddon bestellt. Merlin was BMW größere Hand und ein Handels Armageddon s parfois gert.